Wir leben davon. Wir sind eine der großen internationalen NGOs, die auf das Thema Klimawandel fokussiert sind. Wir glauben, dass das eine der globalen Herausforderungen die nächsten 50 Jahre ist. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann haben wir sehr große ökonomische Probleme auf der Welt. Und deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, auf diesem Wege, nämlich Klimatransparenz von Unternehmen herzustellen, auf den Weg gemacht zu sagen, Klimaschutz muss alle Teile der Gesellschaft erreichen.